Es war nicht sein erster Besuch in Vorarlberg, aber der erste in Schrunz. Ein kleines Presseaufgebot sowie eine EOF-Delegation rund um den Präsidenten des österreichischen Olympischen Komitees Karl Stoß nahmen Prinz Albert am Mittwochmorgen im Haus des Gastes in Schrunz in Empfang. Das Konzept, zwei Länder, eine Olympische Jugendveranstaltung, fasziniert und könnte vielleicht auch mal in Monaco umgesetzt werden. Ich bin sehr froh, dass diese Spiele stattfindet hier und es ist ein sehr interessantes Konzept, natürlich, dass zwei Länder die gleiche Spiele aus dem gleichen Spiele, Schleckenstein und Austria, mit der Vorarlbergregion. Und ich bin sehr froh, dass diese Spiele und ich denke, dass es ein tolles Message ist. Ich denke, es ist etwas, was wir in der Zukunft müssen, um den Olympischen Bewegungsveranstaltung. Und wenn es, wenn es, wenn es Monaco geht, wenn es ein paar Jahre alt war, ein paar Jahre alt war, ein attempt von Nice, um die Winter Games zu halten. Und sie haben uns auch gefragt, ob wir ein Teil der Bedeutung wollen. Aber es war nicht so, dass es auf der Nationalen Fronten in France ist. Besonders interessiert zeigte sich Prinz Albert für das Charity-Projekt The Care Square. Denn das Winter EOF 2015 Team organisiert das The Care Square Projekt in Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Peace & Sport in Monaco. Schirmherr dieser Organisation ist Prinz Albert persönlich. Es ist eine wunderbare Idee, um einen von den Programmen von Peace & Sport zu dem Europäischen Olympischen Youth Festival. Und ich denke, dass es eine großartige Weise, um die junge Leute zu engagieren, um diese cause zu erinnern. Und um diese Werte zu erinnern, um diese Werte zu erinnern. Und um diese Werte zu erinnern, um diese Werte zu erinnern, um diese Werte zu erinnern, um diese Werte zu erinnern. Nach dem kleinen Pressegespräch ging es dann nach Dornbirn. Der große Auftritt seiner Nichte, Alessandra de Hanovre, stand auf dem Programm. Hallo. 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 Nice to see you again. Thank you. It's a pleasure. Yes. It's a nice evening. Not too stressful. No. So are we gonna relax a little bit this part? I hope so. Trotz Royalem Fanclub erreichte die Tochter von Prinzessin Caroline lediglich den 29. Platz. It's wonderful to be able to see my niece compete, and I'm very proud of her. My daughter. No. No.